Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza mit der neuesten Ausgabe, die kompakte Defensive, wie immer auf meinem YouTube-Channel. Ja Leute, es wird wieder Zeit für ein neues Defensiv-Tutorial. Ich muss sagen, euer Feedback, die Resonanz zum Defensiv-Tutorial, die kompakte Defensive 2, wo ich dann quasi, so steht hier wie ein Fels durch die Mitte, ja, das war einfach unglaublich. Vielen, vielen Dank für das wahnsinnige Feedback und ich habe natürlich sehr viele Nachrichten bekommen, wann denn das nächste Defensiv-Tutorial kommt und vor allem, wie man halt wie über die Flügel verteidigt. Wann kommt das nächste angekündigte Defensiv-Tutorial über die Flügel? Wie, ja, verteidige ich da, wie versuche ich da den Gegner abzuschieren oder gar nicht in seine Dribblings kommen zu lassen? Wie hole ich mir den Ball? Und heute ist es soweit, Leute. Ich zeige euch jetzt gleich, wie ihr über die Flügel verteidigen solltet, um kompakt zu stehen, um dem Gegner gar keine Zeit zu lassen, dass er überhaupt hier in seine Dribblings geht, ja. Ich weiß das ja selbst am besten. Ich versuche natürlich auch immer über die Flügel, ja, über das Flügelspiel nach vorne zu kommen und dann gezielt in die Dribblings zu gehen, den Gegner zu verwirren und dann entweder einen druckvollen Pass in die Mitte zu spielen, in der Flanke, was auch immer, ja. Und ich weiß genau, wie gefährlich das ist. Ihr wisst es wahrscheinlich auch. Und das sollte man immer unterbinden, ja. Den Gegner gar nicht dazu kommen lassen, dass er in solche Situationen kommt. Und ich werde euch heute weiterhelfen, Leute. Ich zeige euch, was ihr machen müsst, um hinten kompakt zu stehen und den Gegner nicht in sein Flügelspiel kommen zu lassen. Und ich habe hier einige Szenen vorbereitet, die euch auf jeden Fall weiterhelfen werden. Und ich kann euch direkt auch sagen, das ist nicht irgendein Gegner, gegen den ich hier zocke. Ihr seht oben, es steht Food Champions, ja. Und das ist auch nicht irgendein Food Champions Gegner, sondern das ist ein E-Sportler, ja. Ein österreichischer E-Sportler sozusagen. Benji Austria, vielleicht kennt den der ein oder andere, wenn nicht. Ich habe, ja, in der Beschreibung seine Facebook-Page verlinkt. Könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen. Wirklich super Typ. Und das war ein richtig heftiges Game, das muss ich sagen. Es hat so geendet, dass wir ins Elfmeter schießen mussten und ich dann mit etwas Glück das Elfmeterschießen für mich entschieden habe. Es war wirklich ausgeglichen und ich kann euch jetzt hier sagen, ich habe einfach mein Bestes abrufen müssen, um ihn ja nicht in seine Dribblings kommen zu lassen. Ja, weil wir wissen, gegen Pros ist es ganz, ganz wichtig, hinten gut zu stehen. Und ich zeige euch jetzt hier, was ich alles gemacht habe in den verschiedensten Situationen, um ihn nicht in seine Dribblings kommen zu lassen. Und wir springen hier auch jetzt direkt in die erste Situation, ja. Ihr seht hier nämlich, ja, mein Gegner ist im Angriff, ja, und geht das erste Mal direkt hier mit einer schönen Kombination über die Flügel. Und das ist direkt auch Cristiano Ronaldo, ja. Also es gibt natürlich Gegner, genauso wie ich, aber auch CR7. Er hat CR7 und dann wird es richtig schwer. So, wie verteidigt man jetzt hier in diesem Moment? Ihr seht, ich habe Florenzi hier angewählt und laufe wie ein Wahnsinniger zurück. So, das erste, was ihr machen solltet, wenn ihr die Möglichkeit habt, ja, wenn ihr dem Gegner hinterher lauft. Ich sehe sehr oft Gegner, die laufen hier mit Abstand, ja, zu viel Abstand und dann versuchen sie zu antizipieren, was hier, in dem Fall hier Benji, ja, mein Gegner macht, ja. Wenn ich das hier gemacht hätte und ich laufe hier zum Beispiel seitlich herum und versuche zu antizipieren, dann gebe ich ihm zu viel Raum für seine Dribblings, ja. Das ist viel zu gefährlich, Leute. Er kann einen Übersteiger nach hinten machen, er kann Ballrollen machen, Schusstäuschungen, alles, ja. Was ich aber in der ersten Situation machen möchte, wenn es ins Flügelspiel geht, wenn ich die Chance habe, hier nach so einem Pass, ja, seht ihr, hier entscheidet sich das. Viele Spieler laufen hier lang, so, und versuchen abwarten zu verteidigen und schauen, was macht der Gegner und dann mit L2-Steps richtig reinzugehen. Das ist nicht mein Style, ja. Mein Style ist die aggressive Variante, die auch wirklich gut funktioniert. Und die aggressive Variante ist, ich gehe in den Zweikampf, so schnell es geht, egal ob es Cristiano Ronaldo gegen Florenzi ist. Ihr seht hier, ich gehe hier in den Zweikampf und versuche jetzt, ihn zu bremsen, indem ich die Kreistaste drücke, ja. Es gibt einen Tackle, das wurde, ja, von einigen Spielern nach mir benannt, quasi, das nennt man Mirza-Tackle. Und ich habe das damals in FIFA 15 extrem heftig gemacht, indem ich einfach im richtigen Moment, also zum richtigen Zeitpunkt, richtig lange Kreis gedrückt habe. Und das hat damals echt heftig funktioniert, weil man es mit jedem Spieler machen konnte. Auch mit Cavajal gegen Ronaldo knallt man den einfach weg, ja, und es ist kein Foul. Jetzt ist es ein bisschen abgeschwächt, aber trotzdem funktioniert es, um den Gegner zu bremsen, ja. Ja, ihr geht hin und drückt im richtigen Moment Kreis, und zwar lange. Und dann, wenn ihr merkt, okay, er ist immer noch im Lauf, drückt ihn nochmal Kreis, lange, ja. Und ihr seht hier, ich lasse das mal hier laufen, achtet mal auf das Ganze hier, ich gehe mit Florenzi ran, ich ziehe hier Ronaldo, ich ziehe Ronaldo nochmal, seht ihr das? Wie sehr ich ihn gebremst habe. Ich habe hier nicht die Kreistaste gespammt mit Kreis, 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 ja. Sondern ich bin rein und habe gezogen, einmal, zweimal, was das Zeug hält. Und so habe ich Ronaldo gebremst und das Zweite, was ihr machen solltet, ihr geht hier, Punkt 1, ihr geht in den Zweikampf. So schnell es geht, geht in den Zweikampf. Das Einzige, was hier passieren kann, ist, dass er hier einen Berberspin ansetzt, ja, zum Beispiel, okay. Oder einen Übersteiger nach hinten, aber wenn er einen Übersteiger nach hinten ansetzt, dann ist er sowieso abgebremst worden, ja. Ein Berberspin, das könnte euch überraschen, aber, da ihr ja wisst, ich sage es euch gerade, dass das Einzige, was gefährlich ist, wenn ihr nah am Mann seid, dann rechnet ihr auch immer im Hinterkopf damit, es könnte ein Berberspin kommen. Und wenn einer kommt, dann ändert ihr sofort die Richtung, ja. Und genauso, gegen mich machen Leute sehr oft Berberspin, aber ich bin immer zur Stelle, weil ich genau weiß, das ist das Einzige, was sehr effektiv sein kann, wenn ich nicht weiß, wie es zu verteidigen ist, ja. Und ich gehe hier in den Zweikampf, bremse Ronaldo und hier schicke ich mit R1 einen zweiten Spieler her, ja. Ich möchte hier die Überzahl schaffen am Flügel, ich möchte ihm nicht die Chance geben, in 1 gegen 1 Situationen zu gehen. So, jetzt kommt hier Manolas und ich sehe hier in dem Moment, jetzt ist er nah dran, ich wechsle zu Manolas, weil jetzt bin ich hier im Vorteil, jetzt will ich hier rein und mir den Ball holen, ja. Und dann schicke ich mit R1 Florenzi quasi wieder. Was hier passiert ist, dass ich 2 gegen 1 mir gegen Ronaldo den Ball hole. In einer 1 gegen 1 Situation wäre es richtig gefährlich geworden. Also, ich laufe hier, Kreis ziehen, R1 schicke ich Manolas und dann hole ich mir hier, weil ich 2 Mann habe, halt den Ball, ja. Ihr seht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur Manolas gehabt hätte, hier, oh shit, ja, er hätte mich ausgespielt. Da ich aber noch Florenzi gehabt habe vorhin, habe ich ihn kontrolliert, ja. Deswegen, erster Schritt Leute, geht in den Zweikampf mit Kreis, so schnell es geht, in den Mann, zieht ihn, bremst ihn, damit eure Verteidigung nachzieht, ja. Es ist nicht immer Ronaldo am Start, oft ist es einfacher, aber hier wird es dann natürlich schwer, ja. Ich lasse die Szene nochmal von Anfang an laufen, also hier der Pass, ich gehe mit Florenzi sofort ran. Zieh den Mann, lass ihn nicht kommen und hol mit R1 einen zweiten Spieler und kontrolliere die ganze Situation. Das war, ja, Situation Nummer 1. So, in der zweiten Situation, das ist hier quasi in der Mitte, in der Entstehung. Es ist nicht immer so, dass der Gegner über die Flügel angreifen kann. Oft beginnt ja die Verteidigung ja schon hier, in der Mitte. Man will ihn ja quasi an der Entstehung hindern. Und ihr seht hier, er passt mit Neymar nach außen zu Alaba und ich laufe mit Bale. Und was ihr hier beachten solltet, lauft immer so, dass ihr hier zumacht, ja, in der Mitte. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Nicht hier versuchen zu antizipieren, vielleicht dreht er sich, was auch immer. Ihr macht hier zu, hier. Ihr lauft hier und tacklet, okay. Weil er soll sich dann umdrehen und wegpassen von mir aus und wenn er das nicht macht, holt ihr euch vielleicht den Ball, ja. Was ich hier mache mit Bale, seht ihr das? Ich tackle und habe den Ball tatsächlich erwischt. Ich habe jetzt nicht genau gewusst, ob es sich ausgeht, ja. Aber es ist sich ausgegangen. Achtet mal drauf. Ich sperre ihn den Weg ab, tackle einmal sogar daneben und beim zweiten Mal hole ich mir den Ball, ja. Kein Antizipieren, kein zu lange Denken, ja. Das solltet ihr euch in dem Fall bei meinem Verteidigungskonzept quasi abgewöhnen. Nicht zu viel zu denken, was könnte der Gegner machen. Ihr schneidet ihm hier den Weg ab, ja. Und lasst ihn nicht durch. Er kann dann von mir aus sich umdrehen. Und ihr holt euch hier den Ball. Bam. Zweite Aktion quasi gerettet. So. In der dritten Szene, ähnliches Spiel. Schaut mal. Jetzt habe ich Kanté und er läuft mit Neymar. Achtet darauf, was ich mache. Ich lasse mal laufen. Wieder. Ich sperre hier zu. Seht ihr das? Er muss sich wegdrehen von mir. Er kommt hier nicht durch quasi, ja. Ich antizipiere nicht. Ich zwinge ihn, dass er sich umdreht. Ich bleibe dran. Wenn er jetzt hier zum Beispiel gelaufen wäre. Es gibt ja viele, die machen das hier. Die laufen hier, dann kurz einen Bogen und dann wieder hier lang. Da würde ich mir jedes Mal den Ball holen. Weil ich lasse ihn hier nicht vorbei. Keine Chance. Er muss sich umdrehen. Und das macht er in dem Fall auch. Passt nach oben. Und achtet jetzt mal auf, was ich mit Kanté mache. Schaut mal Kanté. Achtung. Und hier hole ich mir den Ball. So. Ich habe nicht weggewählt, als er hier raufgepasst hat. Ich habe nicht darauf gewählt und versucht hier irgendwie abwarten zu verteidigen oder so. Ich habe hinten gesehen. Schaut mal bitte am Radar. Und hier. Ich habe so viele Leute. Ich habe fünf, sechs Spieler hinten. Und ich laufe hier zurück, was das Zeug hält. Immer zurücklaufen, ja. Und ich habe in dem Fall hier wieder die Linie lang. Die Linie. Hier mache ich zu. Da kommt er nicht durch. Und ich habe es geschafft, mir hier den Ball zu holen. Mit Kanté. Einmal noch. So. Der Laufweg von Kanté. Der beginnt hier, Leute. So. Hier beginnt der. Und ich habe keinen anderen Spieler angewählt. Ich hole. So. Hier habe ich es nicht geschafft. Ich laufe und laufe und laufe. Und laufe immer noch. Lauf, Forrest. Lauf. Und hier hole ich mir den Ball. Ohne wegzuwählen. Und es hat funktioniert. Und hinten bin ich sowas von kompakt. Das heißt, was will er mit einem Ronaldo hier gegen sechs Mann? Gar nichts. Ja. Geht nicht. So. Weiter. Nächste Situation. Naingolain. Ja. Ich habe mit Naingolain den Ball. So. Wenn ihr hier merkt, er passt über die Flügel. Also zu Neymar. Ihr seht hier, dass ich zwei Mann habe. So. Wenn ich mit zwei Mann unten bin. Hier. Bale und in dem Fall Florenzi. Dann werde ich nicht einen von den beiden auswählen. Sondern ich halte immer noch Naingolain. Und schicke die beiden mit R1, um zu pressen. Ja. Schaut mal. Schaut mal. Er kommt hier nicht durch. Ich bin hier immer noch mit Naingolain. Und er hat hier fast den Ball verloren. Weil mein CPU-Spieler automatisch sich den Ballstoff fast geholt hat. Achtet mal drauf. Hier. Zack. Seht ihr das? Und ich hatte die ganze Zeit Naingolain. Ich habe hier abgewartet. Vielleicht passt er ja nach innen. Da kann ich zustechen. Ja. Also. Nächste Regel. Wenn ihr zwei Mann hier außen habt. Ja. Wenn der Flügelspieler mit aushilft. Mit R1 schicken. Nicht die ganze Zeit R1 halten. Sondern gefühlsmäßig. Ein bisschen. R1, 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 R1. Damit die drauf gehen. Ja. Nicht zu lange. Sonst überläuft er sie einfach. Ja. Ein bisschen immer. Seht ihr das? Ein bisschen. Die verteidigen dann abwartend. Und lassen ihn nicht vorbei. Das einzige was er machen kann ist hier zurück zu passen. Das kann er von mir aus machen. Ich bin hier und warte auf ihn. Ja. So. In dem Fall hat er das verkackt. Ist ein Einwurf. Dann geht es weiter. Er passt zurück. Wieder zu Neymar. Jetzt bin ich mit Bale hier am Start. Achtung jetzt. So. Wieder. Zwei Mann. In dem Fall. Wenn ich hier die beiden habe. Will ich einen von beiden aus. Mit dem anderen arbeite ich mit R1. Ja. Ich lasse ihn hier nicht durch. Okay. Ich schicke ihn mit R1. Und mit Bale bin ich hier und warte. Verteidige abwartend. Ja. Ich lasse ihn hier nicht her. Das No-Go, my friend. Ja. Du passt zurück. Du kommst hier nicht durch. Du kommst hier nicht rein. Kann er ja nach. Falls du es irgendwer kennt. Ähm. Genau. So. Hier. Ja. Verteidigen. Und ihr seht ja. Versucht es trotzdem. Ja. Und ich bin hier am Start. Und so. Jetzt verliert er den Ball fast. Weil mein CPU-Spieler. Ja. Eigentlich alles alleine geregelt hat. So. In dem Fall passt er jetzt hier in die Mitte. Ich habe hier Naingolano. Und ihr seht wieder so eine Situation. Wieder zwei Mann. Das gleiche Spiel. Ihr schickt den hier ganz leicht mit R1 auf ihn drauf. Und lauft hier zurück. Wenn zwei Mann in der Nähe sind mit R1 zu arbeiten, Leute. Und ihr versucht hier diesen Weg zuzusperren. Seht ihr das? Ich will mir Naingolano hier zusperren. Falls er hier reinziehen möchte, bin ich hier da. Ich lasse mal laufen. So. Seht ihr das? Er kommt nicht durch. Er macht hier einen druckvollen Pass in die Mitte. Das war flache Flanke vielleicht mit dreimal Viereck. Auf jeden Fall. Wenn er hier versucht hätte zu drippeln. Das wäre nie gegangen. Ich habe da zwei Mann hingeschickt. Ja. Alles kontrolliert. Ich bin hier mit dem dritten Mann. Der kann hier nicht zurückpassen. Ja. Das heißt immer wenn ihr zwei Mann am Flügel habt. Schickt ihr mit R1 beide hin. Wenn ihr nur einen Mann habt. Schickt ihr den mit R1. Und mit dem zweiten Mann kommt ihr zur Unterstützung. Und wartet ab. Ja. Nicht wie ein Wahnsinniger drauf gehen. Wenn er nicht weiß was er machen soll. Einfach abwartend. Und dann kontrolliert ihr die ganze Situation. Und der Ball gehört euch. Ja. Nächste Situation. Jetzt wird es interessanter und gefährlicher. Ja. Was ist wenn man es verkackt? Wie rettet man dann die ganze Situation? Das kommt jetzt Leute. Zwei Situationen kommen ähnlich. Ja. So. Er passt hier. Und ihr seht ich bin mit Smalling am Start. Und ich verkacke hier das Tackle. Seht ihr. Ich wollte nämlich in den Zweikampf gehen. Wie ich es euch erklärt habe. Hier. Nicht viel antizipieren. Ja. Ihr geht hier lang. Und in den Zweikampf. Das hat er aber. Weil er ein guter FIFA-Spieler ist. Langsam schon gecheckt. Und er schiebt den Ball nach vorne. Mit dem rechten Analogstick. Ich verkacke es übelst. So. Was ich jetzt hier mache ist. Hier. In den Mann. Ja. So. Ich habe es hier zwar verkackt. Aber Florenzi gibt Gas. Und Bäm. In den Mann hinein. Ja. Keine Gnade. Nicht abwarten. Und nicht ihn dribbeln lassen. Ja. Ich komme hier mit ihm. Scheiße. Boom. In den Mann. Ja. Keine Gnade. Da müsst ihr rein. Einmal langer Kreis. Glaubt mir. Da passiert sehr selten ein Foul. Oder ein Elfmeter. Weil ihr mit dem Körper reingeht. Ja. Ihr geht mit dem Körper rein. Und wenn er tackelt. Dann tackelt er richtig. So wie hier. Ja. Also nicht Kreis, Kreis, Kreis. Weil dann spendet ihr das zu. Und ihr könntet daneben greifen. Ihr greift genau im richtigen Moment rein. Wenn ihr beim Mann seid. Dann funktioniert das wirklich gut. Und diese Szene hier erledigt. Ich zeige es euch nochmal. So. Von Anfang an. Er passt hier runter. Super passt. Zu Neymar. Ich verkacke es mit Smalling. So. Scheiße. Sofort wieder hinterher. Ja. Und rein in den Mann. Okay. Zumachen. Das Flügelspiel. So. Hier ist das Ziel. Wenn er diesen Weg lang läuft. Ja. Dann. Schauen, dass ihr hier zusperrt. Da geht es nicht rein. Ja. Hier geht es nicht rein. Kein Antizipieren, dass er vielleicht hier einen Übersteiger macht oder sowas. Ihr macht hier zu. Kostet es, was es wolle. Denn wenn er sich dann umdreht, habt ihr immer noch genug Zeit, um hier zu reagieren. Aber wenn ihr hier antizipiert und ihr verkackt es und kommt hier durch, dann seid ihr im Arsch. Ja. Das heißt hier. Bäm. Hinein. Und ihr holt euch diesen Ball. So. Nächste Situation. Ronaldo. Schöner Pass. L2R2. Abgewartet. Wieder. Und wieder verkack ich es. Seht ihr das? Wie viel Risiko ich habe. Und zu gehe ich verkack es wieder, weil ich in den Zweikampf wollte. Beziehungsweise hier glaube ich, habe ich gedacht, ich hole mir den Ball. Ja. Ich habe mich einfach verschätzt. So. Ich habe mich verschätzt und bin. Habe ich hier gemerkt, fuck. Ja. Da komme ich nicht mehr hinterher. Seht ihr das? Scheiße. Jetzt. Wieder. Notfall. Notfall. Allergrößter Notfall, Leute. Wenn das hier passiert, dann wählt ihr den nächstgelegenen Innenverteidiger an und lauft hier den Weg zu. Ja. Ich lasse es gleich laufen. Ich werde es sehen. Denkt an meine Worte. Ihr lauft hier den Weg zu. Und lasst nicht zu, dass er irgendwie dribbelt. Schaut mal, was ich mache mit Smalling. Schaut mal. Rein in den Mann. Ja. Wenn er jetzt nicht weg... Er hat schon, glaube ich, schon gewusst, was ich gleich mache. Dass ich in den Zweikampf gehe. Er hat hier, bevor ich da war, einfach mal weggeflankt. Ja. Die Flanke hat wenig Sinn. Die kommt nie an. Ja. Aber er hat es halt nämlich schon gewusst. Okay. Und da müsst ihr wirklich im Notfall... Wenn das hier schief geht, ihr nehmt einen von diesen Spielern und macht hier den Flügel zu. Immer zumachen. Ihr drängt ihn nach außen. Ihr lasst ihn nicht rein. Ja. Ihr lasst ihn nicht dribbeln. Ihr holt immer einen zweiten Mann dazu, wenn möglich. Und in dem Fall habe ich hier einmal verkackt. Und dann bin ich hier rein. Ja. Koste es, was es wolle. Ihr macht hier zu. Ihr... Kein Antizipieren. Kein damit rechnen, dass er vielleicht das, das macht. Ihr macht hier mit aller Gewalt zu. Und dann seht ihr, irgendwann hat er dann so viel Respekt. Er weiß. Ihr seid immer am Mann. Ihr seid so verbissen. Er kommt nicht vorbei. Er wird dann immer versuchen, zurückzupassen. Äh... Nochmal mehr auf Ballbesitz. Äh... Die trauen sich dann nicht so über die Flügel zu kommen. Glaubt mir, Leute. Ich weiß es. Ja. Ihr müsst da rein in den Mann. Ja. Immer wieder rein. So verbissen, wie es nur geht. Ja. Und das ist in den verschiedensten Situationen. Genau wie hier. Verschissen. Ja. Entschuldigung meine Ausdrucksweise. Verkackt. Okay. Noch bessere Ausdrucksweise. Nein. Nicht gut gemacht. Und dann kommt ihr hier. Zumachen. Koste es, was es wolle. Ja. Hier rein. Ihr seht, ich habe mich überhaupt nicht beeindrucken lassen von seiner Ballrolle hier. Ja. Das ist der nächste gute Effekt. Ihr lasst euch von seinen Gedribbler hier überhaupt nicht beeindrucken. Ihr geht in den Mann. Wenn er hier dribbelt, so mit seinen Übersteigern und was weiß ich, das ignoriert ihr komplett. Ihr marschiert in diesen Mann hinein. Der kommt hier nicht vorbei. Wenn er nach hinten zieht, L2, R2, Übersteiger nach hinten, kann er ruhig machen. Solange er sich hier weg vom Tor bewegt, ist mir das recht. Weil dann kann ich mich neu ausrichten. Aber wenn er sich hier Richtung Tor bewegt, kommt er hier nicht vorbei, my friend. Ja. Das gibt es nicht. Da müsst ihr zumachen. Okay. Zumachen und vorbei ist die Situation. Und das Gleiche hier nochmal. Schöner Pass. Ich verkacke es. Und dann komme ich mit Smalling. Koste es, was es wolle. Zumachen. Und dann kann er von mir aus hier wegflanken und was er will. Ja. Solange es dann ungefährlich ist. Also, ihr lasst hier niemanden her in den Zweikampf. Und geht rein. Und geht rein. Und wenn er einen Übersteiger nach hinten macht, dann habt ihr die Zeit, euch neu auszurichten. Ja. Und holt dann immer wieder einen zweiten Mann dazu, um euch zu unterstützen. Ja. Mit R1. Also, nie alleine in die Schlacht gehen. Immer zu zweit. Ja. Ja. Es funktioniert. Ja. Nie ganz alleine. Zu zweit ist man immer stärker dran. Dann kann er euch nicht so viel machen. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Denkt immer dran. Nur im Notfall müsst ihr alleine arbeiten. Wenn es geht, immer einen zweiten Mann als Unterstützung herholen, damit ihr nicht diese Probleme habt. Ja. Und ich habe das auch mehrfach auch schon gesagt. Es gibt ab und zu diese Situationen, wo man alleine verteidigen muss. Ja. Und das kommt im nächsten Tutorial, wenn man gezwungen ist, alleine zu verteidigen. Wie sollte man dann verteidigen, damit es dann im Endeffekt trotzdem gut geht? Es gibt so viele Spieler, Leute, die es einfach nur darauf anlegen. Die einfach super in Eins-gegen-eins-Situationen verteidigen können. Ja. Die legen es einfach darauf an. Die pressen so viel, so stark, weil sie wissen, ich kann mit einem Mann verteidigen. Ja. Mir ist das zu gefährlich, Leute. Denn wenn ein zweiter Mann dann kommt von euch und er läuft dann vorbei und ich kann ihm passen, dann hat dieser eine Mann überhaupt gar keine Chance. Wenn ich aber zu zweit unterwegs bin und einen zweiten als Unterstützung herhole, dann kann ich immer noch daran arbeiten, dass ich dann dem Passweg zulaufe. Ja. Alleine seid ihr dann irgendwann im Arsch, wenn noch ein zweiter Spieler als Unterstützung herkommt. Und nur im Notfall. Und das kommt im nächsten Tutorial. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch das gut genug hier erklären. Ich weiß es nämlich nicht. Ich fühle mich so sehr gut. Ja. Ich hoffe, es war verständlich. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt mir das doch bitte mit einem Daumen hoch, Leute. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Ja. Und tausend Likes wäre natürlich wieder der Hammer. Ja. Danke, danke wirklich für den Support. Auch in den letzten Wochen und Monaten. Ihr seid der Hammer, Leute. Vor allem in den letzten Wochen. Abonniert meinen Channel, wenn ihr Bock auf mehr FIFA 17 Videos habt. Und schreibt ins Kommentarfeld, was ihr denn so als nächstes sehen wollt. Interessiert mich natürlich brennen. Und darauf baue ich dann meine neuen Videos auf. Ja. Das war es für heute. Viel Spaß beim Training und beim Umsetzen. Und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann.